Heute geht es um den MG Marvel Air, der mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde vom Autohaus Schimmel hier in Berlin. Und ja, ich denke mal, ihr habt schon genügend Auto-Reviews zum Marvel Air gesehen. Deshalb will ich euch damit gar nicht langweilen. Heute soll es um einen Alltagstest gehen. Das heißt, Kindersitze, wie viel Beinfreiheit haben die Kinder, wenn sie im Kindersitz sitzen? Babyschale, wie hoch ist der Einstieg für Kinder? Wie viel Platz ist hinten im Kofferraum, wenn ein Kinderwagen drin ist? Einkäufe, Wendekreis und so weiter und so fort. Wenn euch das interessiert, wünsche ich euch viel Spaß. So, dann kommen wir jetzt mal zu den Kofferräumen. Und natürlich, was darf einem Elektroauto nicht fehlen? Richtig, der vordere Kofferraum, der Frunk. So, dann haben wir erstmal natürlich die mega geile Signatur. Die braucht man natürlich. Das ist ganz, ganz wichtig. Und sehr schön zu sehen ist, ihr könnt den Frunk über die Fernbedienung öffnen, lange gedrückt halten und kein Hebel mehr machen, sondern einfach nur aufziehen. So, hier hat er nochmal eine zusätzliche Klappe, die mit Gummi abgedichtet ist. Hier vorne ist meine Kameratasche drin, die ist relativ groß. Und ihr habt hier in der Front 150 Liter. Bei der Luxury- und bei der Komfortvariante, beim Performance entfällt das, weil der natürlich vorne nochmal einen Motor hat. Da ist vorne gar kein Frunk drin. Aber hier haben wir jetzt 150 Liter und ich muss sagen, das ist sehr geräumig. Da kriegt man auf jeden Fall Einkäufe super rein. Vom Ladekabel, was man ja ganz gerne so vorne rein macht, was dann irgendwie versifft, bei so einem Wetter rumlag, würde ich hier absehen. Weil der Frunk ist hier komplett mit Velour ausgeklemmt und es gibt hier auch keinen Ablauf. Die Gasdruckdämpfer haben eine relativ hohe Vorspannung. Das heißt also, so bequem der Frunk auch aufgeht, so schwer geht er auch zu. So, kommen wir doch mal zum Alltagstest mit einer Babyschale und einem Kinderwagen. Ihr seht schon, ich habe hier so eine Art Maxi-Cosi auf dem Kinderwagen. So, dann gucken wir mal, wie gut die Babyschale hier reinpasst. Und man sieht, das ist knirsch. Der Sitz vorne ist auf mich eingestellt, auf 1,85 Größe. Wenn man die Komfortfunktion aktiviert, das heißt also, dass der Sitz quasi ein Stück nach hinten fährt zum Aussteigen, zum Bequemeren, dann passt es mit der Babyschale in meinem Fall nicht mehr. Ja, so, alle Eltern kennen das. Mit dem Gurt hier rumlegen und allem drum und dran. So, irgendwo ertasten, irgendwo hier. Zack. Und dann wäre die Babyschale fest drinne. Isofix hat er natürlich genauso, auch für den Kindersitz. Was den Kindersitz betrifft, da zeige ich euch jetzt nochmal was ganz Interessantes. So, viele Eltern kennen sowas sicherlich, einen Standard-Kindersitz von Cybex. Und wer seine Sitze liebt, der macht natürlich hier so eine Sitzunterlage drunter, damit das Plastik von dem Kindersitz natürlich nicht so an dem Sitz rubbelt. Und jetzt haben wir den Sitz drinnen. Aber diese Sitzunterlage sollte natürlich idealerweise hier oben irgendwo an der Kopfstütze befestigt werden. Und ihr seht schon, das sind so Sitze mit integrierten Kopfstützen. Das geht da irgendwie nicht so richtig. Also, dass hier hinten erwachsene Personen bequem sitzen können, ich mit 1,85. Ihr seht es, da ist genug Beinfreiheit. Auflage ist auch gut. Das kennt ihr alles. Beim Kindersitz wisst ihr, die Kinderbeine kommen natürlich ein bisschen höher und ein bisschen weiter nach vorne. Der Beifahrersitz ist jetzt auf 1,75 eingestellt. Auf einem 1,75 großen Beifahrer. Und da seht ihr, da ist genug Platz. Da kann das Kind rein. Da kommt es dann vielleicht, sollte man sich vielleicht auch hier so einen Schutz vorhängen, weil die Füße, die Schuhe ungefähr hier gegenkommen. Jetzt könnt ihr das vergleichen. Der Sitz ist auf 1,85 eingestellt. Und ihr seht, da wird es dann, wenn man das hier so die Linie rüberzieht, da wird es dann schon kritisch, da wird es dann schon enger mit so einem Kindersitz. Jetzt mal nicht auf meine Kopffreiheit achten, weil ich sitze ja ein bisschen schief, aber ich wollte euch zeigen, dass die Passagiere im Fond es dann doch sehr bequem haben. Also hier hinten gibt es dann einen doppelten Cupholder und hier auch nochmal ein Fach, um was abzulegen. Hier vorne gibt es dann zwei USB-Anschlüsse. Und hier in der Mitte ist auf jeden Fall noch Platz, sage ich jetzt mal, wenn jetzt hier zwei Kindersitze drin sind, dass dann vielleicht noch ein Kind auf dem Notsitz mitfahren könnte. Für einen Erwachsenen wird es ein bisschen eng. So, und beim Aussteigen fällt mir natürlich direkt auf die Einstiegshöhe. Die ist für mich natürlich als Erwachsener kein Problem. Bei Kindern kann das sicherlich zum Problem werden, aber das ist halt ein typisches SUV-Problem, weswegen ich auch nicht, also ich persönlich nicht so ein Fan von SUVs bin. Da muss man gucken, dass man hier irgendwie einen Schutz drauf klebt, dass der Lack ein bisschen geschützt bleibt. Was allerdings beim MG auf jeden Fall erste Sahne ist, ist, was man seinen Kindern vielleicht beibringen sollte, dass diese Leuchte, wenn die an ist, sie die Tür nicht aufreißen sollten. Denn diese Leuchte zeigt ein Blindspot-Warner. Falls sich ein Fahrradfahrer oder ein Fahrzeug aus dem toten Winkel nähert, warnt es auch die Passagiere im Fond davor, hier die Tür abgerissen zu bekommen. So, dann kommen wir mal zum Rest des Kinderwagens. Und ich habe hier mal ein Handtuch mitgebracht, weil ich will ja den Kofferraum nicht einsauen, denn der Wagen soll ja noch ordentlich sein, wenn ihr den beim Autohaus Schimmelprobe fahren wollt. So, und rein von den Zahlen her wirken 357 Liter Kofferraumvolumen jetzt nicht wie ein Raumwunder. Ich habe hier noch das Rollo, kann ich mal hoch machen und das werden wir jetzt mal sehen durch das helle Handtuch. Aber wir gucken mal, das ist ein ganz normaler Kinderwagen, den ich hier habe. So ein einfach faltbarer. Es gibt natürlich sicherlich noch Kinderwegen, die noch kleiner zusammenklappbar sind. Aber ich will euch ja eben mal zeigen, wie das so im Alltag aussieht. Und vielleicht hat nicht jeder unbedingt einen Kinderwagen gekauft, den er bis auf Briefmarkengröße zusammenfalten kann. Und dann sieht man schon, der ist jetzt drin. So, ich mache das mal hier so rum. Dann passt Wickeltasche. Noch daneben, was haben wir noch? Gimbal, was man so braucht als YouTuber. Passt noch. Passt hochkant hier so rein. Und die große CESOS-Tasche aus dem T&E-Shop kann ich sehr empfehlen, ist super praktisch. Aber, jetzt wird es eng. Wenn man hier mal so von der Seite schaut, mit dem Stativ, was hier oben rausguckt, wird es nichts. Das werden wir mal hier reinlegen müssen. Ob das was wird, jetzt rein von den Gummis her nicht. Aber die Heckscheibe geht ja hier noch ein ordentliches Stück rein. Wir werden es einfach mal ausprobieren. So, hat nämlich vorher im Test, hat es nämlich reingepasst. Jetzt mache ich die mal so rein. Weil vielleicht stand die hier doch noch ein bisschen über. Elektrische Heckklappe, na klar. Nein, einen Fußsensor hat er nicht. Und dann gucken wir mal. Ne. Das ist jetzt ja keine gute Werbung für diese Tasche aus dem T&E-Shop. Oder ist das keine gute Werbung für den MG? Ihr seht, man muss ein bisschen wursteln. Also, das ist schon das Maximum, was da reinpasst. Ich finde es persönlich toll, dass er einen 150 Liter Frunk hat. Aber der 150 Liter Frunk bringt euch relativ wenig, wenn ihr Sachen wie einen Kinderwagen zum Beispiel unterzukriegen habt. Also, relativ große Sachen, die sich nun mal nicht auf dem Frunk und einen Heckkofferraum sozusagen aufteilen lassen. Wenn du einen großen Einkauf hast, ich meine, die wenigsten Einkaufstaschen sind bis hier hoch. Die sind meistens so. Passt dann. Erstaunlicherweise geht da ja jetzt aber immer wieder zu. Haben wir? Effekt. Ja, natürlich, Vorführeffekt. So, zu einem Test gehört natürlich auch einmal fahren. Und jetzt sehen wir mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ja, grob zehn, zwölf Sekunden, bis er fahrbereit ist. Also, man kann, ich habe festgestellt, man kann auch schon vorher losfahren, aber dann hat man keine Kmh-Anzeige und nichts. Was der MG Marvel Air natürlich toll hat, ist, ihr seht, man fährt langsam oder man steht und setzt den Blinker. Dann sieht man hier sehr schön die Seitenkamera. Wenn man langsam losfährt, sieht man die Frontkamera und die 360-Grad-Kamera. Das sind schon tolle Annehmlichkeiten. Neben zum Beispiel auch dem Blindspot-Warner, den ich euch hinten gezeigt habe, der auch hier vorne für die vorderen Passagiere mit drin ist. Und das Display, also dieses Navi, ist natürlich total toll, aber ich habe ja hier vorne auch Navi permanent in der Mitte angezeigt. Das heißt also, ich kann hier eine Menge rumstellen. Rechts und links kann ich mir die Bildschirme anpassen. Kann ich mir die Bildschirme anpassen, das war hier eine Baustelle, so eine komischen Wegplatten. Aber das Navi habe ich immer permanent in der Mitte. Das heißt also, hier brauche ich wahrscheinlich gar nicht aufs Navi großartig gucken, aber ich würde mir wünschen, dass ich halt eben zwei Sachen geteilt irgendwie anzeigen lassen kann. Das heißt also, genauso, wenn ich jetzt hier auf Musik gehe oder auf Online-Musik, dann kann ich Amazon Music nutzen. Dann fehlt mir irgendwie, also ich brauche nicht diesen riesen Bildschirm für eine Funktion. Wenn wir jetzt mal Radio anmachen, dann habe ich hier diesen riesen Bildschirm eigentlich nur mit Radioinformationen und das finde ich ein bisschen too much, ein bisschen overloaded. Da würde ich mir wünschen, dass man das dann vielleicht halbieren kann mit einer anderen Funktion oder gar dritteln. Und ihr seht schon hier, immer wenn ich den Blinker setze und langsam fahre, gehen die Seitenkameras an. Das ist natürlich unfassbar komfortabel. Auch jetzt wieder. Ersetzt natürlich nicht den Schulterblick, aber macht das Ganze natürlich irgendwo so ein bisschen komfortabler. Ist ein schönes Gimmick. So, eine Sache, die mir beim MG aufgefallen ist, ihr seht, ich fahre hier so 20 kmh und jetzt will man mal einen Kickdown machen. Und ihr seht, da passiert nichts. Der MG hat aber trotzdem Power. Und zwar muss man einfach am Anfang ihm ein bisschen Behebiggas geben und dann kann man auch durchziehen. Natürlich verinteressieren Familienmenschen auch die technischen Daten eines solchen Fahrzeugs. Und so wirbt der MG Mawr mit 402 km Reichweite nach WLTP-Zyklus. Realistisch sind es dann im Sommer eher 385, im Winter sind es realistisch 290, wobei wohlgemerkt immer im Drittel-Mix. In der Stadt werdet ihr natürlich durchaus mehr erreichen. Auf der Autobahn wird es dann wahrscheinlich noch mal einen Ticken weniger sein. Wir haben derzeit einen Durchschnitt von 21,4 Kilowattstunden. Das ist halt eben mit Autobahn und keine Landstraße. Wir haben ein bisschen Stadt, wir haben ein bisschen Autobahn. Wobei, man muss dazu sagen, Stadtautobahn, das ist halt eben maximal 80. Das ist jetzt keine Aussage wert. Aber bei 6 Grad Außentemperaturen. Wir haben gestern ein paar Kickdowns gemacht und sowas. Da sind wir jetzt bei 21,4. Wenn wir jetzt überlegen, dass er 65 Kilowattstunden nutzbar hat, dann können wir davon ausgehen, ja, das kommt hin mit den 300, etwas über 300 Kilometern bei diesem Wetter. Der MG Mawr verfügt über eine Wärmepumpe und über 70 Kilowattstunden Akku, wovon 65 Kilowattstunden nutzbar sind. Über 132 kW, was 180 PS entspricht bei 1,8 Tonnen. Das bedeutet, das ist jetzt nicht so, er ist okay, er geht gut ab, aber er ist jetzt nicht der Ampelsprinter. Das mag beim Performance schon wieder anders aussehen, mit über 660 Newtonmetern und 288 PS und Allradantrieb. Aber hier, dann fangen wir mal auf die Autobahn. 30, 40, 50, 60, 70, wie gesagt, er geht gut, aber ob man damit den 3er BMW an der Ampel abkocht, wage ich zu bezweifeln. Er ist aber wahrscheinlich auch nicht Ziel des Fahrzeugs und von daher vollkommen in Ordnung. Dafür fährt der MG Mawr aber in jeder Ausstattungsvariante 200 Spitze. Der ist auf jeden Fall vollgepackt mit Assistenzsystemen, mit Spurhalteassistent, Todwinkelwarner und, 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 und. Der Ampel R verfügt über eine Schildererkennung. Die funktioniert auch relativ gut, muss ich sagen. Ja, gut, der erkennt halt nicht, wenn jemand bei Rot einfach mal quer über die Kreuzung fährt. Willkommen in Berlin, Stefan. Was er nicht hat oder was er nicht schafft, ist, wenn eine Straße zum Beispiel 30 ist und dann hat man eine Seitenstraße, die erkennt er ja auf dem Navi und dann hat man plötzlich keine neue Beschilderung. Das funktioniert mal und mal nicht, dass es dann wieder 50 ist. Das ist mir schon aufgefallen. Was er auch nicht macht, ist, wenn man zum Beispiel mit einem Tempomaten auf der Autobahn mit 80 fährt und er erkennt ein 60er-Schild, dann meckert er auch rum. Dass er 60 oder dass hier maximal 60 erlaubt sind, aber er belässt den Tempomaten weiterhin auf 80. Das heißt also, er passt den adaptiven Tempomaten nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung an. Was mir aber gerade aufgefallen ist, ist, ich bin von der mittleren auf die rechte Spur rüber und ich habe den Tempomaten eingestellt und auf der mittleren Spur fuhr ein langsameres Fahrzeug. Und obwohl er die Tesla-Like, die Fahrzeuge hier alle, die rechts und links von uns fahren, anzeigt, hat er den Wagen trotzdem eiskalt rechts überholt. Das machen zum Beispiel Mercedes und VW nicht. Da muss man aktiv dann nochmal das Gaspedal betätigen, wenn man sagt, ich möchte den jetzt aber rechts überholen, also zumindest auf der Autobahn. Ein deutliches Plus beim MG Mave Air und ich denke mal mittlerweile auch schon Standard ist natürlich der dreiphasige Onboard-Lader, der mit bis zu 11 kW lädt. Und der CCS-Anschluss, der serienmäßig ist, in jeder Ausstattungsvariante, der mit bis zu 94 kW lädt, so bringt es der Mave Air laut Herstellerangaben von 5 bis 80 Prozent in 43 Minuten. Und jetzt seht ihr meine Ratlosigkeit, weil das Menü ist bisher, die Menüführung könnte besser sein. Sagen wir es mal so, ich finde es ein bisschen unübersichtlich, wo man jetzt was findet, aber das ist ja allgemein bei einigen Fahrzeugen so. Eine Sache, die vielleicht nicht ganz trivial ist oder die nicht jeder erwarten würde, es gibt noch ein Menü und zwar, wenn man von hier oben runter wischt, da kann man dann WiFi und Bluetooth ein- und ausschalten, den Fahrzeug-Hotspot aktivieren, denn der Wagen verfügt über eine eingebaute SIM-Karte und bietet den Insassen sozusagen auch einen Hotspot, sodass wenn man kein Datenvolumen mehr hat oder wenn das Kind hinten mit einem WiFi-Tablet sitzt, dass es dann halt eben unterwegs irgendetwas gucken kann. Ihr seht schon hier oben, der hat vollen Empfang in 4G. Welches Netz da verwendet wird, weiß ich leider nicht. Hier kann man den Bildschirm ausschalten, hier kann man den Verkehr ein- und ausblenden im ganzen Navi. Man kann die automatische Helligkeit anpassen, man kann auch die Helligkeiten der Displays anpassen und auch die Lautstärke. Was sehr positiv zu erwähnen ist, ist der Marvel Air hat einen aktiven Luftfilter, könnte man sagen. Er zeigt hier an, Luftraumqualität ist gut und er meckert mich schon wieder an, obwohl ich geblinkt habe, während ich die Linie überfahren habe. Ich habe keine Ahnung, was dieses Auto immer von mir möchte. Was ich ein bisschen hakelig finde, ist halt immer sowas wie Sitzheizung und sowas halt eben über so einen Touch zu machen. Wir können ja mal, schön, ich auch, aktiviere die Sitzheizung, Sitzheizung einschalten, also die Sprachsteuerung funktioniert klasse. Wenn man zum Beispiel navigiere zur Konrad-Zuse-Straße. Ich habe jetzt natürlich keine Postleitzahl und nichts angegeben, ich will jetzt einfach mal die 1 an. Das hat er auf jeden Fall verstanden, das funktioniert gut. Ich habe schon einige Adressen gemacht, die funktionieren alle bisher. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Los will ich ja nicht, sondern... Ich bin da. Navigiere zu Ambulham 1 in Jewa. Okay, Ambulham 1 sollen wir dorthin gehen? Ja. Okay, Richtung zu Ambulham 1 bekommen. Also ihr merkt schon, die Übersetzung ist echt, die deutsche Übersetzung ist echt ein bisschen grenzwertig. Das ist jetzt kein richtiger deutscher Sprachfluss, aber im Großen und Ganzen funktioniert es. Es funktioniert sogar Ambulham 1, wahrscheinlich kennen das mittlerweile alle Hersteller. Deswegen habe ich meine persönliche Adresse. Und die probieren wir jetzt mal aus. Ich höre. Navigiere zu Ambayern Goal Park 7 in Schönefeld. Okay, Ambayern Goal Park 7 sollen wir dorthin gehen? Das erstaunt jetzt sogar mein Kameramann Stefan, oder? Ja. Also, dass er trotz seines schlechten Deutsches das versteht. Normalerweise würde es jetzt nach München gehen. Normalerweise würde es jetzt nach München gehen, weil da gibt es irgendwie einen Bayern Gold Park. Und da, ja, sorry, musste ich jetzt irgendwie deaktivieren hier. Alle anderen oder viele andere Autos wollen mich immer zum Bayern Gold Park hinschicken. Allen voran, ich weiß nicht, wie wird dir nicht gefallen, allen voran die von der Volkswagen Gruppe. Aber der Mercedes zum Beispiel, der EQC und sowas, der hat auch Bayern Gold Park verstanden. Aber selbst Google Maps möchte dann oftmals zum Bayern Gold Park. Und das muss ich sagen, also Respekt. Der versteht hier auf jeden Fall, also er versteht einen sehr gut. Das sprachliche Feedback ist halt, es ist halt verständlich, was er mir sagen möchte. Aber es ist halt jetzt nichts, wo man sagt, oh wow, das ist jetzt eine tolle Konversation. Wenn ich Autoholt drinne habe, dann hält der Marvel Air einfach nur das Bremspedal fest. Also wenn ihr das Bremspedal drückt, dann bleibt es einfach drin. Und in dem Moment, wo ihr Gas gebt, kommt das Bremspedal wieder raus. Das ist im ersten Moment ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das ist ja nichts Schlechtes, weil nach Autoholt macht er halt eben genau das, was er soll. Nicht wundern, es ist Berlin. Wir sind mitten auf dem Kuhdamm, da passieren, da piepst auch mal das Auto. Er macht ja das, was er soll. Und zwar er hält an dem Standpunkt an. Es ist mir nur aufgefallen, dass das Bremspedal eben nicht mit rauskam, sondern erst rauskam, als ich dann halt Gas gegeben habe. Finde ich, ja, lustig würde ich nicht sagen, aber ich fand es erwähnenswert. Wir können zwischen Eco, Normal und Sport wählen. Und er hat sogar noch einen vierten Modus, den sogenannten Wintermodus. Und da merkt man schon, wenn man da jetzt Gas gibt, da kommt er wesentlich behäbiger quasi aus die Hufe. Da ist sicherlich die Drehzahl einfach ein bisschen runtergesetzt, sodass er nicht so leicht durchdreht. Was ich einen sehr schönen Modus finde. Ob ich den jetzt permanent hier über den Schalter brauche, weiß ich nicht. Aber dass er überhaupt erst überhaupt da ist, ist eine tolle Sache. Finde ich, da können sich einige Hersteller noch was abschauen, dass man irgendwo noch mal einen Wintermodus aktivieren kann, wo dann einfach noch mal die Drehzahl so ein bisschen, da wo das nicht so ad hoc direkt drauf ist, sondern wo das halt eben ein bisschen behäbiger geht. Ist, glaube ich, auch für Familienmenschen gar nicht so schlecht, wenn man kleine Kinder hinten drin hat. Thema kleine Kinder hinten. Haben wir hier ja natürlich nicht nur das Panorama-Schiebedach, sondern wir haben ja auch ein Rollo. Und wir können das Rollo natürlich bis zur Hälfte zumachen. Wir können es ja manuell irgendwo an irgendeinem Punkt stoppen. Wir haben relativ stark getönte Scheiben hinten, standardmäßig. Das heißt, die Kinder sitzen hinten schon gut im Dunkeln, sage ich jetzt mal, oder schon ein bisschen im Schatten. Das heißt, die können super schlafen. Man hat keine Rollos in den Türen, aber das ist ganz gut getönt. Und man hat hier sogar in dem Infotainment Ruhemodus für den Rücksitz. Das heißt, dann schaltet er die hinteren Lautsprecher automatisch aus. Das kann man mit einem Tastendruck machen, wenn die Kinder hinten schlafen. Man kann vorne trotzdem Radio hören oder seine Musik hören. Und die hinten sind ausgeschaltet. Brauchen sie ja nicht. Und ich habe das mal ausprobiert. Wenn man diesen 3D-Sound anmacht und die hinteren ausschaltet, dann merkt man hier vorne zwar schon, dass da hinten was fehlt, aber der Klang wird nicht wirklich schlechter. 4,67 Meter ist der Marvel Air von MG lang. Und damit ist er in bester Gesellschaft mit dem VW ID.4 oder auch dem Skoda Enyaq. Und ich denke mal, wir vergleichen einfach mal das Kofferraumvolumen. Nicht wundern, dass es eine Holzklasse ist von WeShare. Da gäbe es natürlich auch eine elektrische Heckklappe und so weiter und so fort. Aber darum soll es nicht gehen, sondern es soll einfach nur gehen um den nutzbaren Raum bei gleicher Außengröße. Und da packe ich jetzt natürlich mal meine große Tasche rein. Und ihr seht schon, das sieht ganz gut aus. Und jetzt kommt der Kinderwagen. Bei dem das Handtuch festklemmt. So. Der passt beim ID.4 sogar noch neben meine Tasche. Meine Tasche hätte hier anstatt der Wickeltasche nicht reingepasst. Die wäre zu hoch gekommen. Das hat hier nicht gepasst. So. Jetzt machen wir mal genau das gleiche Geraffel hier drüben rein. Ihr seht schon, hier hätte ich das Stativ jetzt nicht rausnehmen müssen. Die Stativtasche wäre dort. So. Hier ist die Wickeltasche. Und das Handtuch, Ladekabel ist natürlich jetzt hier im doppelten Unterboden drin. Und was fehlt? Ja. Dem geübten Blick ist es aufgefallen. Und zwar hat der ID.4 leider keinen Frunk. Und demzufolge müssen wir die Tasche natürlich auch noch runterbekommen. Quer passt nicht ganz. Aber ich würde sie darauf bekommen und ich habe hier sogar noch Spiel. Ihr seht also, hinten ist im ID.4 deutlich mehr Platz. 543 Liter Kofferraumvolumen hat der ID.4. Im Gegensatz hat der Marvel Air nur 357, wobei sich das ausschließlich auf das Heckvolumen bezieht. Ihr dürft nicht vergessen, ihr habt vorne nochmal 150 Liter Frunk. Ihr habt es vorhin gesehen. Die Ladekante beim ID.4 ist mit 76 Zentimeter schon ordentlich hoch. Hier geht es nochmal in der Holzklasse ein bisschen runter. Den ID.4 gibt es ja auch mit doppeltem Ladeboden. Wir können hier messen, das sind jetzt ungefähr 12 Zentimeter. Wenn ich jetzt 12 Zentimeter hier oben rauf rechnen würde, dann wäre das alles ungefähr bündig mit den Kopfstützen. Das heißt also, die Sachen würden trotzdem so komfortabel reinpassen. Hier sind es 81 Zentimeter von der Ladekante und dann gleich eben. Und ihr seht schon, hier ist ein doppelter Boden, aber da befindet sich leider nichts weiter drunter. Hier ist das Notladekabel drin und hier sind Abdeckungen für die Felgen und hier ist das Reifenpannenset drin. Und wenn ich es hier hochhebe, da ist nichts weiter. Da ist der Heckantrieb drunter. Und jetzt muss man natürlich wissen, was ist für ein wichtiger. Braucht man dieses große Kofferraumvolumen an einem Ort, wo man halt eine große Sache, wie zum Beispiel Kinderwagen, Fahrräder und so weiter unterbringt? Oder kann man damit leben, dass dieses Kofferraumvolumen sozusagen aufgeteilt ist auf vorne und hinten für Einkaufstaschen? So, einparken vorwärts habe ich versucht. Reicht leider nicht die Lücke. Das heißt also, ich habe da vorne gewendet und muss jetzt natürlich rückwärts einparken. Dann schauen wir mal, wie der Marvel-R sich hier im engen Innenhof schlägt. Da bin ich schon ziemlich nah dran an dem Transporter. Dank 360-Grad-Kamera traue ich mich das auch. Das muss man wirklich sagen. Aber hier reicht der Winkel nicht ganz, um komplett reinzukommen. Also hier muss ich nochmal nach vorne. Und nochmal nach hinten, um dann richtig in der Parklücke drin stehen zu können. So, und dann fahren wir nochmal raus aus der Parklücke und nehmen wir mal einen großen Bogen. Dann müsste das eigentlich klappen. Wir dürfen nicht... Das passt nicht. Aber jetzt habe ich auch viel Platz zum Transporter, muss man ehrlicherweise sagen. Ihr seht es hier. Jetzt kommt es. Jetzt passt es. 11,50 Meter Wendekreis und eine Länge von über 4,50 Meter. Da denkt man erstmal, 4,67 Meter. Da denkt man erstmal, oha, ob ich damit zurechtkomme. Ja, man kommt damit zurecht. Es sei aber auch erwähnt, dass es jetzt gerade am Tage ist. Und ich hier noch einen Kameramann habe, der mir auch so ein paar Hinweise, ein paar Zeichen gegeben hat. Natürlich sind die Hinweise und Zeichen ungefähr gleichzusetzen mit dem, wenn man das Fahrzeug kennt. Wenn man weiß, wo ist das Fahrzeug zu Ende und so. Das schleift sich ein. Aber dieser Hof hier ist größtenteils nicht beleuchtet. Es ist sehr dunkel und es wird sich zeigen, wie das dann abends oder nachts aussieht. Ob man sich dann immer noch traut, an dem Nachbarfahrzeug mit so viel Abstand vorbeizufahren. Da wird man wahrscheinlich eher 2, 3 Mal hin und her rangieren. 7 Grad Außentemperatur. Wie gesagt, nur 20 Kilometer mehr oder weniger Stadtverkehr gefahren. Wir laden jetzt mal 5 Minuten und das verbraten war dann wieder alles, was wir in den 5 Minuten geladen haben. Also die Leistung im Display kann man nicht sehen. Aber hier 78 kW. Und wir sind jetzt schon bei 10 Prozent. Wir können ja mal kurz gucken, was der Porsche hier macht. Der Porsche ist bei 42 Prozent und lädt mit 51 kW. Ui, das ist hart. Aber der Fahrer sagte schon, der ist irgendwie, ist er nicht wirklich, ja, 78 kW. Also eigentlich brauche ich gar nicht diese, diese Akkuheizung anmachen. Weil ich finde 78 kW, wenn der Hersteller angibt 94 Spitze, finde ich ist jetzt nicht verkehrt. Und wir werden es aber jetzt mal, wir sind jetzt schon bei 12 Prozent. Ich werde es jetzt mal nach 3,5 Minuten abbrechen. Werde wieder runter auf 6 Prozent versuchen zu kommen. Und werde dann mal die ganze Zeit mit der Akkuvorheizung arbeiten. Und dann werden wir mal sehen, was das bringt. Ob wir dann über 78, 77 kW kommen. Also erstmal ein interessanter Funfact. Wir haben gerade festgestellt, dass die Batterieheizung gerade nicht lief. Offensichtlich. Weil wenn man sich den Stromverbraucher anguckt, der stieg nie über 4 Ampere. Beim Video von Nextmove, verlinke ich mal hier oben, hat man ja gesehen, da geht es auf 14 Ampere hoch. Offensichtlich haben diese 20 Kilometer zur Ladesäule schon ausgereicht im Stadtverkehr, dass der Akku auf Betriebstemperatur kommt. Das heißt für mich, das Fahrzeug ist auf jeden Fall ein sehr schnellladefreundlicher. Fahrzeug, dass er automatisch bei kälteren Temperaturen den Akku vorwärmt. Oder dass er zumindest mit niedrigen Temperaturen auskommt. So, wir starten wieder mit 6 Prozent. Und dann gucken wir mal. Das ist bei 20 kW, 29. Er steigert sich aber schneller als vorhin, gefühlt, oder? Dann gucken wir, ob er über 78 geht. Vorhin war nach den ersten dreieinhalb Minuten 78 das höchste, was wir hatten. Und da haben wir die 79 und die 80. Die 85 haben wir erreicht. Also er ist nochmal 86, also er geht nochmal gut 10 kW höher als vorhin. Muss aber konstatieren, dass bei 7 Grad Außentemperatur das Fahrzeug schon wirklich sehr genügsam ist. Also wir sind, wie angezeigt, 20 km hergefahren, 7 Grad Außentemperatur, Durchschnittsgeschwindigkeit bei 40 kmh. Das war ein kurzes Stück, 3 km auf der Autobahn mit etwa 80 kmh Höchstgeschwindigkeit. Also das ist eigentlich keine Strecke, auf der man einen 70 kWh Akku warm bekommt. Und trotzdem hat er mit 78 kW geladen und die Akkuheizung war ausgeschaltet. Jetzt ist er bei 88 kW, bei 9%. Wir sind ja die letzten 20 Minuten jetzt mit eingeschalteter Akkuheizung rumgefahren. Wir konnten jetzt keine Stromentnahme seitens der Akkuheizung feststellen. Es kann sein, dass er vorhin einfach auch schon warm genug war, aber vorhin war er bei 10% nicht bei 89 kW. Da ist er jetzt. Also es kann sein, dass er einfach nochmal kurz den Akku ein bisschen Restwärme gegeben hat, aber dass der Akku an sich schon genügend Wärme hatte bei 7 Grad Außentemperatur, um eine adäquate Ladegeschwindigkeit hinzulegen. Denn selbst wenn er im Winter nur 78 kW erreicht hätte und der Hersteller gibt 94 an, finde, ist ein guter Schnitt. Und jetzt ist er bei 90 kW, bei 11%. Das ist ein Wert, der kann sich sehen lassen. Der MG Marvel R ist demnach also definitiv ein Fahrzeug, was auch langstreckentauglich ist, auch im Winter. Wir schauen mal. Wir sind jetzt bei 80% und wir haben gebraucht 41,5 Minuten. Also ich habe gerade angefangen zu drehen bei 80. Also 41 Minuten von 6 auf 80% bei 7 Grad Außentemperatur, ohne den jetzt irgendwie auf der Autobahn warm fahren zu müssen oder sonst irgendetwas. Er ist jetzt bei 80% noch bei 27 kW. Ist aber ein Wert, der sich auf jeden Fall sehen lässt, weil man weiß, worauf man sich einlässt. Der Hersteller sagt, so und so lange brauche er und das hält er auch wirklich. So, aber eine Sache, die ist mir noch aufgefallen und die wollte ich euch ganz gerne noch sagen. Und zwar, ich habe in einigen Videos gesehen, dass die Leute sagen, der MG Marvel R würde mit maximal 25% rekuperieren. Das zeigt er auch so an im Display. Dass er sagt, Power, da zeigt er euch an, wie viel Power er nehmt ihr in Prozent und wie viel rekuperiert er. Und da geht er von der Anzeige her nie über 25. Die Rekuperation, ja, er hat kein richtiges One-Pedal-Driving. Ihr müsst immer zusätzlich über das Bremspedal rekuperieren. Aber ich blende euch mal ein kurzes Video ein, was wir hier gemacht haben. Und zwar, wenn man gut in die Eisen geht, dann geht bei der Rekuperation er hoch bis auf minus 250 Ampere. Das ergibt bei 334 Volt, die er zu dem Zeitpunkt hat, gut 85 kW Rekuperationsleistung. Und 85 kW ist bei einer Motorleistung von 132 kW mehr als 25%. So, jetzt wollen wir witzigerweise noch mal kurz einkaufen. Und ich zeige euch mal, ja, die Lichtsignatur ist schon geil. Ich zeige euch mal, was noch reinpasst in den Kofferraum. Und zwar, wir haben jetzt natürlich eine Menge dabei, aber ihr wisst, wie das ist im Alltag. Man bringt nicht immer alles nach Hause und fährt dann einkaufen, sondern man möchte zusätzlich noch einkaufen. Also hier haben wir noch mal einen schweren Beutel drin. Einer, das war's. Jetzt würde hier oben quasi noch ein paar Beutel raufpassen, aber das war's. Jetzt gehen wir mal nach vorne. Wir haben ja noch einen 150 Liter Frunk. Und da passt neben meiner großen Tasche auch noch mal so ein Einkaufsbeutel. Ihr seht, der ist ein bisschen gestaucht. Es sind weiche Sachen, die da drin sind. Aber wie gesagt, ist halt nichts weiter Wildes oder sowas. Und er ist halt oben ein bisschen zusammengedrückt. Aber man bekommt auf jeden Fall auch noch einen mittelgroßen Einkauf noch zusätzlich mit rein. Und wie gesagt, wir haben ja auch immer den Kindersitz, die Babyschale hinten auf den hinteren Sitzen. Man stelle sich vor, vorne Fahrer, Beifahrersitz sind belegt. Also, auch wenn es die Zahlen nicht vermuten lassen, im MG Marvel Air ist doch reichlich Platz. Ja, und das soll es auch schon gewesen sein. Der MG Marvel Air ist ein großes erwachsenes Auto, was jede Menge Features und jede Menge, ich sag mal, auch Spielereien bietet. Aber auch nützliche Helferleien. Und damit ist er auf jeden Fall, finde ich, es wert, ihn sich genauer anzuschauen. Ich hoffe, dieses Video hat euch so ein bisschen einen kleinen Einblick darüber gegeben, was der MG Marvel Air bietet. Ja, er schwächelt vielleicht an einigen Stellen, wie beispielsweise bei der hakelnden Software oder Apple CarPlay, Android Auto, nur via Kabel verbunden. Ihr kennt das sicherlich. Aber er macht einiges richtig, so zum Beispiel der gigantisch große Frunk hier vorne, aber auch eben der Platz im Innenraum. Das große Display, die vielen Helferleien, die Todwinkelwarner, sogar für Fondpassagiere, aber auch für vorne, für Beifahrerpassagiere. Und ja, ich bedanke mich nochmal beim Autohaus Schimmel, die mir diesen Marvel Air zur Verfügung gestellt haben. Und ja, wenn auch ihr vielleicht hier aus dem Berliner Umland kommt, dann geht doch mal zum Autohaus Schimmel. Schaut ihn euch da an und vielleicht macht ihr selber eine Probefahrt. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Denkt dran, Abo ist komplett kostenfrei, aber niemals umsonst. Und gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke. Also dann, ich drehe noch eine Runde. Übrigens, eine Sache, das macht der schon wieder nicht. Pass mal auf, der Wagen ist jetzt an, der ist fahrbereit. Ja, hört man ja hier, ne, Lüftung läuft. Wenn der fahrbereit ist, geht weder der Kofferraum noch der Frunk auf. Aber, kann ich auf den Knopf drücken. Dann geht er auf. Gucken, ob er jetzt mit der Fernlehnung zugeht. Also, solange der Kübel an ist, ist vielleicht ein Software-Hinweis, kriegt ihr den Frunk nicht auf. Also, ich habe jetzt vorne zumindest noch keinen Schalter gefunden, der den Frunk öffnen würde. Also, mir ist tatsächlich nur die Fernlehnung bekannt. Ohne Probleme, soweit er aus ist. Ich dachte gerade, der will mich umbringen. Aber nein, er hat dann doch ganz adäquat gebremst. Und, was genau, jetzt habe ich die Maße vergessen. Mit 357 Litern, ich habe es vergessen, ich glaube, es war so viel. Das ist mein Handy. Haben wir denn dann eigentlich alles oder muss man irgendwie noch ein Kind in den Frunk stecken? Das ist mein Handy.